In der Bauchnage legst du die Ellenbogen unter deinen Schultern. Der Oberkörper hebt sich bis zur Brust, bis der Brustkorb vom Boden gelöst ist und die kleine Cobra oder Phinx. Zur Steigerung der Intensität Arme lang gestreckt und die Hände unter den Schultern. In Bujangasana richte bei deiner nächsten Ausatmung deine Aufmerksamkeit auf dein Wurzelschakra. Bei der Einatmung deine Aufmerksamkeit auf dein Scheitelschakra. Atmung durch die Chakren fließen lassen. Bei Rücken- und Bandscheibenbeschwerden und Schwangerschaft modifizieren. Scanne deinen Körper innerlich durch und lass alles los, was du nicht mehr brauchst, sodass nur noch die Liebe bleibt. Du stimulierst den Lendenbereich. Sitz der Yin-Energie. Genieße die Massage in den Organen und im Bauch. Ein Nervensystem erholt sich. Magenmilz und Nierenmeridiane sind beeinflusst. Magenmeridiane unterstützt die pH-Regulation. Säure-Basen-Haushalt. Stirn-, Herz- und Kehlkopf-Chakra sind geöffnet. Visualisiere die Farbe grün. Prat-Yahara, zurückziehender Sinn. Darana, Konzentration auf das Nasakrai, brischt dir die Nase. Hinter dir befindet sich deine Vergangenheit. Atme sie über dein Chakra hinten ein. Denkriere sie ins Jetzt. Luft anhalten. Puraka, Kumbaka. Die Gegenwart ist das Ergebnis der Vergangenheit und der Samen der Zukunft. Ausatmen, Bewegung in die Zukunft. Visualisiere. Wie soll deine Zukunft aussehen? Du bist ein Magnet für Fülle, Weisheit und grenzenlose Liebe. Zum Ausgleich in die Kindposition. Knie zur Brust. Und zehn Atemzüge in diese Position bleiben. Genischen拍ung. Verkl Champions. Ich ver- warte Cis. Genisch! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020